Winter 1973. Ein Konvoi von Schwertransportern auf dem Weg von der Hamburger Münzprägeranstalt zur Bundesbank nach Frankfurt. Seine Last? Fünf Marktstücke. Der Konvoi erreicht seinen Bestimmungsort nie. Unter Einsatz von Kampfgas bringen vier Bundeswehrsoldaten den Transport in ihre Gewalt. Herr Henry! Um wie viel Geld handelt es sich eigentlich? Es waren 50 Millionen und 5 Marktstücke in dem Transport. Hast du schon mal was Schöneres und Sauberes gesehen als einen nagelneuen Heiermann? Nein, das ist einmalig. Ich war Diamantenschmugglerin. Ich habe Steine aus den Minen von Diamants Limited stehen lassen und zu den europäischen Diamantenschleifern gebracht. Abdul Karakou war mein Partner. Heute weiß ich, dass er ein Verbrecher ist. Ich bin ausgestiegen. Ich will nie wieder etwas mit Diamantenschmuggel zu tun haben. Mr. Van Straten, was hältst du? Die Wüste oder die Hoffnung, Diamanten zu finden? Aldous. Ich möchte auf keinen Fall, dass Mr. Van Straten wirklich bestens gestürzt. Verschwinde oder ich erschieße. Na los doch, schieß. Würge Krampf Wunders helpful. Ich will mir » Gardander vor.« Untertitelung auf turnouten «ostaunt sviltearen Georgiainberg». spoken je oder die Hoffnung, mutual zu haben, Ich will mich wie die Azeimoske. Komplett auf Pedrochisieren. Und hangen Sie! Ich will meine Zeit schon mal Amsterdam. Vielen Dank.